Oh hallo, ihr seid auch mal wieder im Studio. Hi, wir sind hier heute mal wieder im Kochstudio vom Foodblog Hamburg und wir wollen heute Hummus machen. Ich bin gerade dabei und mache hier mal eben schnell noch eine kleine Chili klein und wenn ich das fertig habe, dann erkläre ich euch gleich mal wie wir das machen wollen. Wir machen heute einen Hummus und dafür gebrauchen wir Kichererbsen. Man kann die Kichererbsen auch getrocknet kaufen und die dann muss sie dann aber für zehn Stunden einweichen und dann kochen. Ich habe so ein paar Bekannte und auch einen Kollegen, über den ich das überhaupt erst kennengelernt habe. Also ich habe das schon so ein paar mal gegessen. Wir haben das jetzt auch schon zwei, dreimal selber gemacht und die sagen, das ist kein großer Unterschied, ob man jetzt fertige außer Dose nimmt oder ob man die selber kocht. Deshalb machen wir es uns jetzt mal einfach und nehmen dieses Mal halt welche außer Dose. Die habe ich schön abtropfen lassen. Ich tue die jetzt hier in meine Schüssel. Die Flüssigkeit müssen wir aufheben. Die brauchen wir eventuell nachher noch. Dann habe ich mir hier anderthalb Chili klein geschnitten. Ich habe mir zwei Solo Knoblauch zusammen klein geschnitten. Die tue ich nachher alles so da mit rein. Das wird alles mit schön zerkleinern, mit meinem Zauberstab. Das ist kein Problem. Da muss da gleich noch ein bisschen Zitrone rein. Dann tut man da Currypulver rein. Ich mache immer Hälfte, Hälfte, Hälfte Curry, Hälfte Kurkuma. Genau, vielen Dank. Dann brauchen wir ein bisschen Olivenöl und dann haben wir uns neue Tahinpaste organisiert. Das ist ja eine Sesampaste. Das kommt da auch noch mit rein. Und dann gucken wir mal ein bisschen Kreuzkümmel muss da noch mit rein und dann schmecken wir das nachher mal ab. Dann muss das ganze zwei Stunden ziehen und dann wissen wir ja wie delicious das geworden ist und ob wir es wirklich können. So, ich tue jetzt meine ganzen Sachen da mal alle rein. Knobi, Chili, einen halben Esslöffel Currypulver und einen halben Esslöffel Kurkuma. Dann tue ich da auch schon mal ein bisschen was von unserem Kreuzkümmel rein. Es soll ein Esslöffel voll werden. Ich glaube das reicht erstmal. Wir können das ja immer noch nachgewürzen. Das ist ja nicht so das Problem. So, dann tue ich davon, tue ich jetzt von dem Tahin da einfach mal zwei Esslöffel hinein. Ich nehme mal neun Löffel. Eins. Das stimmt nicht wirklich. Zwei. So, dann noch ein bisschen was an Öl. Ich weiß noch nicht wie viel. Mach ich jetzt mal so gleich ein bisschen was aus der Hand und dann gucken wir gleich mal weiter. Eine Kollegin von mir, die macht dann da auch noch Schafskäse mit rein. Das ist aber jetzt irgendwie ja nicht ganz original, will ich jetzt nicht sagen, weil original mache ich ja auch nicht. Aber das ist dann noch ein bisschen weiter raus. Noch weiter weg vom Original. Das will ich jetzt noch nicht machen. Ich mache da jetzt noch ein bisschen gutes Olivenöl dran und dann gucken wir gleich mal was für eine Konsistenz wir bekommen, wenn ich das jetzt alles schön mit meinem Zauberstab mal pürieren werde. So, ich habe das jetzt alles schön püriert, passiert püriert und jetzt kommt da ein bisschen, fällt mir da erstmal was rein, was da nicht rein soll. Toll. Das will doch auch keiner da drin haben. Doch, das ist schlimm. Das will doch keiner im Mund haben. So, jetzt tun wir da nochmal schön Limette rein. Alle tun da ja immer Zitrone rein. Ich mache da jetzt Limette rein. Ich finde den Geschmack von der Limette ein bisschen schöner als von der Zitrone. Ja, finde ich auch besser. Ja, also ich habe mal in Tunesien Zitrone gehabt. Frisch vom Baum sozusagen. Das war richtig geil. Das hat mir auch richtig Spaß gemacht. Diese Zitronen, die wir hier haben, die sind im Grunde immer nur eins, nämlich mega sauer und finde ich bringen überhaupt keinen Spaß. So, das war aber noch nicht genügend. Ich tue da noch ein bisschen mehr rein. Auf die Menge tue ich jetzt erstmal eine Zitrone beziehungsweise Limette da rein. Die ist mir nicht wohlgesonnen. Das ist richtig hart, ne? Ja, normalerweise rolle ich die immer so auf der Arbeitsfläche. Weil ihr jetzt aber dabei seid, habe ich gedacht, ich muss das erstmal ein bisschen schneller machen hier wieder. Nicht, dass es wieder wie letztes Mal wieder so ein 16 Minuten Video wird für ein Rezept, was irgendwie in Realtime kochen auch nur 16 Minuten dauert. Muss ja nicht sein. So, jetzt haben wir da gleich zwei Limetten drin. So, das sieht doch schon richtig gut aus. Jetzt muss da gleich noch ein bisschen Salz ran. Und dann sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Warte mal. Salz, 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 Salz. Salz ist weg, wie immer. So, ein bisschen Salz. Nur mal ein bisschen umrühren. Dann brauche ich mal kurz einen Teelöffel. Und? Ja, schon ganz geil. So, ich habe da jetzt noch ein bisschen mehr Kreuzkümmel ran gemacht und noch ein bisschen Limette. Das heißt, ich habe jetzt anderthalb Limette da drin und etwas mehr als einen Esslöffel Kreuzkümmel. Also einmal kurz Revue passieren lassen, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe die Kichererbsen mal eben schnell püriert. Ich habe da reingetan Chili, das anderthalb rote, kleine, fiese Schoten. Dann habe ich da reingetan zwei Solo Knoblauch, thailändische. Dann haben wir da reingetan Olivenöl, einen Esslöffel, zweieinhalb Esslöffel Tahin. Und dann haben wir das Ganze richtig schön püriert, sodass wir so ein schönes Püree bekommen. So, das hat jetzt ein bisschen Schärfe, hat diesen typischen Geschmack. Der Knoblauch ist so ein ganz bisschen bis jetzt erst da. Ich werde das jetzt nehmen, werde hier eine Folie drüber machen und dann wird das zwei Stunden ziehen. Und dann ist das nachher tippitoppi. Das heißt, wir sehen uns in zwei Stunden. So, zwei Stunden sind um. Unser Hummus hat hier schön in unserer Schüssel gestanden. Habt ihr da schön Folie drüber. Dann haben wir uns das jetzt hier auf unseren Teller getan. Und dann werde ich das jetzt mal mit ein bisschen Fladenbrot probieren. Mal gucken, ob das so toll geworden ist, wie ich es haben will. Schmeckt richtig geil. Ich bin begeistert. Im Grunde keine sehr aufwendige Sache, aber ultra schmackhaft. Richtig gut. Willst du nicht auch mal probieren, Schatz? Probier du auch mal. Komm. Ja, mach ich. So. Erstmal die Fladenbrot. Mmh. Lecker. Sehr lecker. Sehr gesmackhaft. Und ein bisschen schärfer ist auch da, ne? Ja. Also ich finde, jetzt nachdem das durchgezogen ist, also diese zwei Stunden, die merkt man schon. Wenn man das vorher probiert, ist das eher langweilig. Genau. Und jetzt? Nach den zwei Stunden ist das richtig, richtig toller Geschmack. Ja, finde ich auch. Mmh. Ach, weißt du was? Mach du doch den Abspann heute mal. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt Daumen nach oben und Kommentare. Und vergesst bitte nicht Subscribe. Ja, du von Foodblogkamburg.de. Dann Ayo Masak. Tschüss. Ciao, ciao.